Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Und wieder mal geht es um die Prüfungen, diesmal in Oskaja, das ist auch das Königreich dieser Woche, aber es geht ja nicht eigentlich um die epischen Prüfungen, sondern um die normalen Prüfungen und zwar auf Stufe 10 allerdings. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich habe die Stufe 10 schon mal gemacht, da waren das noch keine Prüfungen, sondern Herausforderungen. Das heißt, ich kann sie nicht zeigen. Also das ist hier Stufe 8, 9, 10. Das habe ich schon geschafft. Was ich machen kann, ist die erste epische Prüfung. Die ist im Level 25 Stufen drüber, das heißt, sie ist ein bisschen schwerer. Vielleicht ist das ja dann noch, okay, die Taktik sollte dieselbe sein, zumindest momentan. Und von daher denke ich, ich kann das mal zeigen, wie man die 10er Prüfung spielt auf Stufe 11. Aber das sollte gehen. Ja, bei meinem Team gibt es eigentlich eine Figur, die die Hauptfigur ist, das ist Baba Yaga. Füge den letzten beiden Feinden Schaden zu und lass sie verstummen. Das ist total wichtig. Außerdem kann diese Figur nachbeschwören. Da muss ich wirklich gut gucken, das gehört schon mal zur Taktik, wann löse ich denn Baba Yaga aus? Wenn die erste vielleicht gerade so weg ist, damit ich nachbeschwöre, vielleicht warte ich deswegen eine Runde noch, bis ich das Gefühl habe, die erste ist jetzt draufgegangen und so weiter. Ja, und natürlich, wenn ich merke, die sind voll und die wollen ihren Zauber sprechen, dass ich sie dann vielleicht verstumme, habe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Sowas vielleicht. Halte eine Magie, wenn ein Verbündeter ein Zauber wirkt, ist okay. Eine Magie ist jetzt nicht die Welt, aber ja. Ja, die Eigenschaften bei Baba Yaga sind das nicht, aber es ist halt natürlich dieser Zauber, der besonders ist. Und dann gibt es noch eine Figur, die sehr viel Schaden macht, nämlich Füge allen Feinden 64 Schaden zu, verstärkt auch durch brennende und wütende Feinde. Da kommt mal zwei noch dazu für jeden wütenden Verbündeten oder Feind und auch brennenden Feind. Und für brennen sorgt er eventuell selber 50% Chance, zu Beginn meines Zuges einen zufälligen Feind zu verbrennen. Der hat 50% reduzierten Schaden durch Schädel und wird auch wütend, wenn er Schaden kriegt. Das heißt, das ist eigentlich die perfekte Figur für Position 1. Und ich sage mal, nein, ist sie nicht. Denn die ist mit diesem Schaden, was sie hier macht, so wichtig, dass ich sie nicht gleich mal verlieren will. Denn das kann passieren durch die fetten Gegner, die da drin sind. Der Oskar Thür hat auch Schutz vor Schaden, aber vor allen Dingen kriegt er Leben und Attacke dazu. Verstärkt durch die roten Edelsteine und wird wütend. Das heißt, wenn der nur einen Dreierschädel kriegt und hat Attacke hochgekriegt und ist vielleicht noch wütend, habt ihr sofort eine Figur weg. Das heißt, ihr könnt in Nullkommanichts weggeschädelt werden. Uh, ganz übel. Der Hinweis, lass Verbündete wütend werden, um ihren Schaden mit Schädeln zu erhöhen, könnt ihr vergessen. Weil ich selbst werde keinen Schädel erzeugen können. Ich habe nämlich keine Figuren dafür. Letztendlich ist das der Hinweis für den Gegner. Also mein Hinweis ist, wie kann ich durch Schädel besonders schnell sterben. Dann gucke ich mir das Gegnerteam an. Völlig dämlich zusammengestellt, muss ich ehrlich mal sagen. Also, den hier, den muss ich wegkriegen, unbedingt. Aber Baba Yaga macht ja nur Schaden auf die letzten Beine. Ihr seht, ganz furchtbar. Das, glaube ich, kann etwas dauern, um das zu gewinnen. Ihr müsst vielleicht so einen Kampf auch mehrfach machen. Ja, warum ich Osovius nicht an Position 1 setzen will, ist, den will ich schützen. Also kommt er an Position 3. Und oben habe ich erschaffen, neun rote Edelsteine. 50% Chance, alle wütend werden zu lassen, ist okay. Aber neun rote Edelsteine. Ich will diese Figuren nicht auslösen. Warum? Naja, was der Oscar Tür braucht, ist rot. Was der verdorbene Oscar braucht, ist rot. Ich will das nicht. Nein, ich will versuchen, so wenig wie möglich rot auf dem Spielfeld zu haben. Wenn überhaupt, dann nimmt Osovius das sofort weg. Und ansonsten, die Katze kann draufgehen. Deswegen packe ich die an Position 1 weg damit. An Position 2 ist Geist der Wut. Lass drei Edelsteine explodieren. Und zwei weitere für jeden wütenden Verbündeten. Das heißt, der sammelt Mana nach und kriegt auch noch mehr Rot. Der ist durchaus wichtiger, finde ich. Und wird auch wütend, wenn ein Feind stirbt. Okay, das kann man vielleicht mal benutzen. Aber auch der kann weg sein. Die beiden hier, das sind die wichtigsten. Und deswegen ist die Reihenfolge für mich so. König Michael ist noch sehr gefährlich. Sammelt viel Mana nach, fügt allen Feind Schaden zu. Ja, da muss ich echt aufpassen. Baba Yaga ist hier die Lösung, den König Michael wegzukriegen. Das ist die gefährlichste Figur. Und dann Oscar Türen natürlich. Ja, ich spiele deswegen auch nicht, wie ich normalerweise spielen würde bei Schädelschaden mit Orden der Jahreszeiten. Sondern ich spiele mit Nische-Orden, die mir einfach mehr Magie-Schaden geben. Weil das Team ist Magie-Schaden und nicht Schädelschaden. Das heißt also, dieser Hinweis. Also furchtbar, furchtbar, was sich die Entwickler manchmal so denken. Wie man das Spiel kennenlernen soll. Vielleicht sollten sie ihr eigenes Spiel ab und zu mal spielen und selbst mal kennenlernen. Weil wenn ich die mit Schädel wegschauen soll, dann brauche ich mindestens eine Figur, die Schädel erzeugt. Ansonsten ist das ja nur Glück, was nachfällt. Ja, und das wisst ihr ja. Ist ja 50-50. Und ja, dem Gegner passiert sowas auch. Nur, dass der eben so ein Dreier-Schädel, dass er mich damit komplett killt. Ich ihn nicht. Ja, super. Na gut, so gehe ich in den Kampf. Na mal gucken, wie das Spielfeld aussieht. Und, ähm, tja, braun geht direkt auf den. Ich will rot und braun natürlich. Rot wird natürlich erst auf Geist der Wut gehen. Ähm, rot sollte ich auch rausnehmen. Und braun braucht der auch, sollte ich auch rausnehmen. Ähm, beides braucht meine dritte Figur, der Osuvius. Und natürlich grün und lila ist auch total wichtig, dass das schnell voll wird. Also nehme ich mal erstmal vielleicht, ähm, das Rote. Dann nehme ich hier braun und kriege gleichzeitig noch dieses braun. Oder ich nehme hier rot und kriege gleichzeitig noch dieses grün. Ich glaube, das mache ich doch. Braun macht Sinn. Grün macht allerdings auch Sinn. Braun. So, der erste ist voll. Und jetzt guckt euch an, 218. Und das ist, weil er wütend ist, macht er anderthalbfachen Schaden. Der 300 noch was. Das heißt, meine erste Figur ist sofort weg. Manus. 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 Rot, klar. Rot rausnehmen. Dann. Immerhin ist jetzt Osuvius voll. Fügt allen Feinden 64 Schaden zu. Dann mache ich das mal. Und der muss wieder voll werden. Vierer in blau. Manus. 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 Rot und braun rausnehmen. Wenn es irgendwie geht. Hier ist braun. da nehme ich braun tja, ein mana fehlt hm, ich glaube explodieren lassen, ich bin fast voll das ist eigentlich blöd blau will ich möglichst drauf lassen das braucht der Gegner gar nicht das wäre gut für mich ich nehme mal hier das lila raus so, rot und braun jetzt ist hier braun, dann nehme ich das und zack, da ist der erste tot und jetzt muss ich nachbeschwören und damit sind die letzten beiden verstummt wenn jetzt die erste Figur, die ich nachbeschwören habe wenn die schnell voll werden würde dann würde sie dreifachen Schaden machen wenn der Feind mit Schweigen belegt ist ja, das ist vielleicht noch eine Chance ja, ich brauch grün vor allem muss Baba Yaga schnell wieder voll werden ich glaube, ich werde allen Feind schaden zufügen und dann jetzt mal das Spielfeld explodieren lassen oder ein bisschen davon zumindest ja, grün nehmen grün grün nehmen 1, 2, 3 wenn ich dieses braun nehme, fällt der Schädel hier hin dann könnte ich jetzt dieses braun hier nehmen das heißt, das lila oder das grüne geht direkt auf Baba Yaga das ist ja meine ah, wichtigste Figur ist da soll nur kein Schaden drauf gehen natürlich hat sich der Gegner genau die ausgewählt ok puh, der hat schon mal Schädel erschaffen und da bin ich jetzt äh, hab ich Glück gehabt bin ich mit durchgekommen ja, das kann ganz, ganz schnell schief gehen guckt euch mal das an hier ja, das ist Wahnsinn aber ich könnte jetzt im Prinzip jemanden mit Schweigen belegen und ähm und dann dreifachen Schaden machen das ist dann 180 Schaden das ist doch schon auch etwas ähm aber unbedingt will ich Rot rausnehmen vorher will ich selbst haben ja, probiere ich das ich probiere das mal also den letzten beiden Schaden zu fügen und dann sind sie jetzt verstummt und jetzt mache ich immerhin dreifachen Schaden das hat sie nur noch 76 das ist doch schon mal was ähm braun und jetzt kriege ich noch mal Schädel wenn ich hier braun rüberziehe fallen die beiden Schädel auch tiefer ja, ok grün ich wollte eigentlich Rot nehmen aber Baba Yaga ist so wichtig mit dem Nachbeschwören also grün Rot kann ich jetzt nicht nehmen ich glaube das ist der Zeitpunkt noch ein wenig Mana nachzusammeln vielleicht fällt es ja gut ja, ist gut gefallen wie viel Schaden mache ich? 60 76 hat er ok, also wenn ich jetzt Lila nehme ist Baba Yaga wieder voll und die muss ich jetzt glaube ich einfach sprechen dann sind die beiden verstummt ähm ich muss das machen ich darf den nicht füge allen Feinden 72 Schaden zu dann eine Reihe explodieren lassen nein machen so jetzt ist natürlich riskant immerhin der brennt wenn das zwei Runden durchhält dann ist der weg ich gehe mal auf den vorletzten und werde jetzt Rot rausnehmen und Braun gleichzeitig ok sehr gut dann füge allen Feinden Schaden zu na könnte doch klappen uff ja natürlich Glück gehört auch dazu er hat Schädel erzeugt äh er schaffe 6 Schädel ist aber kein 3er rausgekommen das ist für mich gut und jetzt muss ich halt gucken jetzt werde ich Schädel nehmen einmal dann bin ich weg dann nehme ich nochmal Schädel dann ist die erste Figur weg ok jetzt kann ich es schaffen also der wird nach wie vor 6 Schädel erzeugen einen Edelstein explodieren lassen wütend ist er auch ähm gut explodieren lassen dann jetzt nachbeschwören weil dann ist er stumm klar kriege ich dann Schädel eingesteckt aber ich habe ja jemand an Position 1 der erstmal einen Schädel verkraften kann gut dann füge allen feinen Schaden zu Schädel machen und jetzt müsste ich es doch gleich geschafft haben ähm der ist jetzt stumm er kann kein Mana sammeln auch gut dann kann ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen explodieren lassen und Baba Yaga war voll oder ist voll geworden und dann habe ich es geschafft ja puh schwierig muss ich sagen also jetzt bin ich natürlich auch eine Stufe höher gewesen ähm nicht auf Level 10 gespielt also Stufe 10 sondern Stufe 11 aber trotzdem ihr seht selbst das ist möglich aber das ist schon hart ähm das Schwierige ist wirklich die gegnerische erste Figur wenn ich die nicht ausschalten kann wird die so heftig mit dem Schädelschaden und Wut und so ich glaube ich habe es echt dadurch gewonnen dass ich die Katze nicht eingesetzt habe weil dieses Rot erzeugen das kann zwar klappen es kann aber auch einfach komplett schief gehen und der Gegner braucht eben dieses Rot also ich glaube die Taktik ist zu schauen was der Gegner auch ein bisschen braucht und dem die Farben rauszunehmen und dann immer wieder nachbeschwören zum richtigen Zeitpunkt und ähm ja und dieses Verstummen das ist natürlich auch sehr wertvoll vielleicht hat man dann auch noch Glück dass die erste Figur die nachbeschworen wurde schnell voll wird und dann dreifachen Schaden macht so das ist jetzt im Prinzip aufgegangen und das ist die Taktik ein bisschen kompliziert man muss ganz schön viel überlegen gerade was mache ich zuerst und so die Reihenfolge ist sehr entscheidend macht man da einen kleinen Fehler in der Reihenfolge ist das auch ganz schnell vorbei weil steckt man zweimal Schädel ein ist die erste Figur definitiv weg und später bei jedem Schädel und das ist einfach ganz viel Glück oder Pech also derjenige der sechs Schädel erschafft da die zweite Figur des Gegners wenn da ein Vierer bei rauskommt mit Schädel kann man eigentlich rausgehen und nochmal probieren das war's habt ihr es gesehen ich hoffe es hilft euch ein bisschen und ähm ja wenn ja hinterlasst gern einen Daumen hoch würde mich freuen bis demnächst ciao ciao